Ja, grüß euch bei der Bivo Oktoberfest. Ich bin 24 Jahre alt und nachdem ich jetzt schon so lange allein bin und meine Bierverräte einfach nicht ersaufen mag, suche ich jetzt auf dem Weg eine Frau. Ja, meine Traumfrau sollte vor allem einfach das Wichtigste im Dirndl gut ausschauen, das Dirndl auch gerne anhaben und sie sollte einfach gerne Bier drängen und gescheit feiern können und eine gescheite Stimmung machen können. Ja, wenn du jetzt Interesse gekriegt hast, dass dich du dabei wirbst, schreibst du einfach eine Mail an bivosuchtfrau.gmail.com oder schickst ein Brief an die unten eingeblendete Adresse und hängst ein Bügel im Dirndl dran, weil das ist das Wichtige nicht.